Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher alias Mr. T. Heute wieder mit einem Mützchen wieder ein Geschenk, aber das ist nicht mein Geschenk, sondern das habe ich jetzt meiner Frau stibitzt. Das ist ein Geschenk von Eiswelle Häkelmütze. Hier gibt es auch bei Facebook. Genau hingucken, Eiswelle Häkelmütze, mache unten drunter noch einen Link drunter, damit ihr es findet. Macht coole Mützen, kommt aus dem Kitesurf und macht einfach geile, individuelle Mützen. Da könnt ihr eure Wünsche äußern, was ihr gerne hättet und dann kriegt ihr eine schöne Mütze. Nach eurem Design, so wie ihr euch das vorstellt, dann habt ihr eine Einzelmütze, das heißt ein Einzelstück. Hat sie uns keiner. Die gute Dame kommt glaube ich ein bisschen aus dem Kitesurfen und da hat sich das glaube ich auch irgendwie entwickelt, glaube ich. Keine Ahnung, könnt ihr immer noch mal fragen. Und heute, warum sind wir heute hier? Um was geht es eigentlich? Wenn ich es nur wüsste, jetzt habe ich es vergessen. Um was geht es, aber es ist halt, wenn man ein bisschen älter wird und so langsam senil Alzheimer ruft, vergisst man manchmal Sachen, aber ich habe es nicht vergessen, sondern es geht einfach um folgendes. Ich habe natürlich immer wieder Besuch im Ladengeschäft. Ich bin ab und zu, wenn meine Mitarbeiter frei haben, bin ich natürlich auch bei mir im Ladengeschäft. Da gibt es Nahrungsergänzungen und Fitnessgeräte und solche Sachen und da kommt natürlich immer mal wieder die eine oder andere Person und möchte Nahrungsergänzungen kaufen und bei mir ist es so, dass es nicht einfach so Nahrungsergänzungen gibt, sondern ich frage dann natürlich auch schon mal nach, ja wie schaut es denn aus, weil es kommt mir nicht mal, wie viel Eiweiß muss ich trinken, wie viel Eiweißshakes muss ich trinken, wann muss ich trinken und so weiter und so fort. Ich kann natürlich als Berater immer nur eine pauschale Aussage machen und ich gehöre nicht zu dem Berater, der sagt, er muss mindestens fünf Stück am Tag dringen, mindestens damit dein Muskel wächst. So arbeiten wir nicht zur Arbeit, weder meine Mitarbeiter noch ich, sondern bei uns geht es nämlich darum, dass wir auch entsprechende Aussagen für die Person treffen und da muss ich natürlich ein paar Sachen wissen. Das ist das grundlegende Essverhalten. Das grundlegende Essverhalten. Was isst du zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen? Damit man mal ungefähr einen Überblick darüber hat, wo liegt der überhaupt Eiweiß technisch? Dadurch, dass ich mich natürlich schon seit 25 Jahren, über 25 Jahren im Nervetrechner beschäftige, kann ich das relativ gut überschlagen. Wenn ich so ungefähre Mengen habe, was der gut isst, morgens eine Brezel, mittags eine Frikadelle und abends einen Döner, dann weiß man eigentlich schon, okay, der hat einen höheren Bedarf wie der, wo es sagt, ja, morgen habe ich schon fünf Eier gehabt, drei davon mit Eigelb, dann habe ich einen Proteinshake danach getrunken, dann habe ich als Zwischenmahlzeit 200 Gramm Quark gehabt mit Obst, dann habe ich am Mittag gehabt, 250 Gramm Hähnchenfleisch mit 150 Gramm Vollkornudeln und 250 Gramm Gemüse, dann habe ich Nachmittag nochmal Hüttenkäse gehabt, 150 Gramm Vollkornbrot. Ja, bei der zweiten Version, da kann man schon genauere Angaben machen, weil der gute Mann, der weiß, was er tut. Und ein hilfreicher Tipp von mir, es gibt Nährwertrechner, Nährwertrechner. Diese Nährwertrechner sind zwischendurch so programmiert, dass jeder damit umgehen kann, sogar ich, sehr einfach das Ganze, da gebt ihr einfach mal euren Tagesbedarf, Quatsch, sondern das, was ihr täglich esst, ein. Ihr schreibt einfach mal zwei, drei Tage auf, was ihr da so isst, ungefähr eine Menge. Und dann geht ihr in den Nährwertrechner und gebt das mal ein. Und dann kriegt ihr exakt ausgewertet, wie viel Kohlenhydrate haben wir denn da zugeführt, wie viel Eiweiß haben wir zugeführt, wie viel Fett haben wir zugeführt. Wer es ganz genau wissen möchte, du kannst sogar noch die Mikronährstoffe auswerten, wobei das natürlich ein bisschen überzogen ist, aber wer es braucht, kann es machen. Und dann hat man eine exakte Angabe und weiß, welche Nährstoffe habe ich zugeführt, in welcher Menge und wo fehlt es mir. Und dann kann ich natürlich selbstständig sagen, okay, ich benötige eben noch außerhalb des Trainingsshakes, das unmittelbar nach dem Training des Shakes, benötige nochmal zum Beispiel einen Proteinshake. Oder ich belasse es bei diesem einen Proteinshake und führe eben in meinen Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, bei dem und dem Lebensmittel etwas mehr zu, sodass ich auf meinen Sollbereich der Proteine komme. Und schon bin ich wieder ein Stückchen näher dran, an meinem Wunschziel bzw. Wunschziel zu erreichen. So einfach ist das. Genau deswegen empfehle ich euch, nutzt einfach mal einen Nährwertrechner. Da gibt es so viele im Netz und da muss man keinen bestimmten empfehlen, die sind alle ganz gut. Und da geht ihr mal rein, guckt euch das mal an, beschäftigt euch mal ein bisschen damit und dann habt ihr natürlich auch die Chance, euch weiterzuentwickeln. Weil, wie ihr wisst, 60-70% ist Ernährung, der Restanteil ist das Training. Also Nährwertrechner ist manchmal wichtig, wie die noch so spezielle Übung, Bizeps eindrehen, der kleine Finger dabei rausstrecken. Oder Trizeps drücken mit der Kugel nach hinten drehen, weil es ja ein ganz besonderer Bizeps gibt. Da gibt es manchmal die Gießen wichtiger. Und das wäre der Nährwertrechner. Das war's, Andreas Trienbacher, Perls-Trainer aus Karlsruhe, alias Mister, genau, mit einer Eiswelle Häggelmützen auf. Bis dann. Da, 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 da. Da, da.